Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute testen wir die Lupilu Baby Club Box von Lidl. Die Anmeldung hierfür erfolgt ganz einfach über die Lidl Plus App. Einfach die Kontaktdaten aktualisieren bzw. ihr Kind anlegen. Dann bekommt ihr diese Box automatisch nach Hause geliefert. Dann wollen wir auch mal anfangen. Als erstes haben wir von Lupilu die Wundschutzcreme. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Als nächstes kommen Windeln in Größe 1 von Lupilu. Man sollte natürlich nicht vergessen, dass dieses Paket 6 Wochen nach der Geburt kam. Die meisten Kinder wiegen nach den 6 Wochen schon über 5 Kilo, wie auch bei uns. Ist leider nicht so optimal. Als nächstes haben wir hier Duschcreme für die Dusche. Praktisch auf jeden Fall. Kann man gebrauchen. Ja, über die Windeln komme ich nicht drüber hinweg. Na ja gut. Als nächstes haben wir Socken. Das ist gut. Die sind auch in der richtigen Größe. Das passt wunderbar. Kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Als nächstes kommen 80 Feuchttücher von Lupilu in Sensitiv. Praktisch braucht man immer. Wie gesagt, nicht jedes Kind verträgt sie. Aber das liegt ja nicht an Lupilu. Und hier kommt das Highlight. Und zwar ein Schaf für die Mikrowelle zum Warmmachen bei Bauchschmerzen. Die heißen Warnis. Mega praktisch. Gerade so, wenn die Kinder 3 Monatskuliken haben, ist das wirklich Gold wert. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Abschließend kann ich sagen, dass diese Box sehr liebevoll ausgestattet ist. Wie man hier auch sehen kann mit tollen Details. Und das ist wirklich schon gut gemacht. Kritikpunkt ist natürlich diese Windelpackung. Windelgröße 1 ist einfach nach 6 Wochen total deplatziert. Allerdings war Lidl relativ flexibel. Und wir konnten eine Nummer größer bekommen für einen kleinen Aufpreis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.